Herzlich willkommen zum Podcast der Telekom-Baskets Bonn und damit gehen die Türen auf im Hardberg-Hotel. Dieser Podcast wird präsentiert von Gebäudedienste-Kleinstück. Gebäudedienste-Kleinstück macht dort weiter, wo andere aufhören. Als Partner für die perfekte Sauberkeit im Haus, Garten, Büro und das Allerschönste natürlich auch im Telekom-Dome. Und jetzt viel Spaß im Hardberg-Hotel. Ich mache jetzt einfach mal eine Kumbi-Einleitung. Der goldene Oktober ist gestartet und golden sind auch die Hoffnungen der Baskets und der Baskets-Fans auf eine erfolgreiche Baskets-Saison. Auch in deinem Sinne so ein bisschen. Das ist in meinem Sinne durchaus, ja. So eine Kombination aus Kumbi und Gerhard Delling. Nein, liebe Hartis, ich würde sagen, die Saison ist komplett gestartet. Ja, wir sind mittendrin statt nur dabei. Pre-Season ist schon längst aus dem Kopf. Habe ich gar nicht mehr im Sinn so richtig. Und wir hatten jetzt auch, wir haben uns auch schon fünf Testspiele, fünf Pflichtspiele auf dem Buckel. Und ein Spiel jagt das nächste so ein bisschen. So ist das. Das heißt, jetzt beginnt auch so ein bisschen deine Zeit, mein lieber Kumbi. Jetzt geht's los quasi. Ja, so den Rhythmus aufzunehmen, sich von Spiel zu Spiel zu hangeln, alles anzugucken, zu analysieren. Das ist ja die Zeit für so einen Taktik-Typ wie dich, oder? Ja, vor allem, weil ich öffentlich herausgefordert wurde. Ja, von wem? Von unserem befreundeten Podcast. Ach ja. Die waren nämlich der Meinung, dass sie den einzigen Experten hätten im Bereich Basketball, den Stefan. Weiß ich nicht. Und dann habe ich gedacht, weil sie wortwörtlich sagten, anders als im befreundeten Hardberg-Hotel, die haben keinen Experten. Ist das so? Weil du letztes Woche die Spiele verwechselt hast? Ja, ich habe lediglich Rostock und Heidelberg verwechselt. Ja, okay. Und das hast du direkt aufs Brot geschmiert bekommen? Ja, im Podcast. Ah, okay. Also von daher, das wurde im Podcast von Baskets Intim kundgetan. Deswegen, umso mehr bin ich jetzt gefordert und herausgefordert, mein Expertentum hier kundbeweis zu stellen. Sehr gut. Also, das sage ich einfach mal an den befreundeten Podcast, das habt ihr richtig gemacht, ne? Also, du musst den Kumbi so ein bisschen kitzeln, ne? Und dann läuft das auch. Nein, mein lieber Kumbi, deshalb, die Saison geht los, weil man merkt das auch schon, wir sehen uns wieder häufiger, ne? Wir sehen uns nicht nur hier im Hotel, sondern auch im Telekom-Dom. Auch bei den Spielen. Auch bei den Spielen mal. Wir sprechen ganz häufig über dies, das, Ananas. Auch. Entschuldigung, lieber Hardis, ich bin immer noch erkälte. Das lässt mich nicht los. Ich weiß auch nicht, warum. Aber, mein lieber Kumbi Kumbanus, lass uns bitte mal, wir sind noch nicht im Backcourt, wir sind gerade im Gefühls-Backcourt. In der gefühlten Welt. Im Emotions-Backcourt. Lass uns mal zurückblicken auf das letzte Spiel, auf die Pre-Game-Show und auf die Mannschaftspräsentation. Ich frage jetzt einfach mal ganz uneigennützig und ohne jeglichen Hintergedanken, wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Ja? Sehr gut. Also, ich fand es im Vorfeld schon, wo ich in die leere Halle nochmal reingekommen bin, ich glaube ein, zwei Tage vorher, schon schwerst beeindruckt, diese ganzen T-Shirts überall. Es wurde dann nochmal getoppt durch die LED-Bändchen. Ich finde das immer eine sehr, sehr coole Nummer. Also, ich finde das wirklich cool. Ich bin dann zwar so ein bisschen im Tunnel bei der Spielerpräsentation, weil ich mich da enorm konzentrieren muss. Enorm. Dass ich da nichts, vor allem wenn es das erste Mal ist in der Saison und die neuen Namen und so. Ein paar Sachen umgestellt auch so. Wir haben ein bisschen was geändert, genau. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich habe es schon aufgesaugt und auch den Trailer, diesen neuen, diesen Gänsehaut-Trailer. Hast du es aufgesaugt oder aufgesogen? In dem Fall aufgesogen. Ich sauge eigentlich immer noch. Okay. Also, ich fand das sensationell. Weiß ja nicht. Ich fand es sensationell. Also, ich auch. Wir haben uns ja ein paar Gedanken gemacht. Liebe Hartis, gerne auch an hotel-at-baskets.de gerne auch ein Feedback geben. Wie fandet ihr die neue Intro-Show? Ich kann wenig dazu sagen, weil ich befangen bin, ja. Aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl, auch für den Telekom-Dome und was ankommt und was nicht. Und ich glaube, das hat gezündet, weil ich glaube, ich habe selten erlebt, dass es zwischen den einzelnen Punkten in der Präsentation Applaus gab. Also, besonders der Trailer. Wow. Der zieht mir die Schuhe jedes Mal aus. Dann kriege ich Gänsehaut. Und dann das Dance-Team mit den LED-Lichtern, das Beethoven-Intro mit den Magenta-Lichtern und dann der neue Einlauf-Song. Fantastisch von dir untermalt. Ich bin enorm zufrieden gewesen. Das hat dem den Rahmen gesetzt. Und ich fand das fantastisch, dass wir ein erstes Saisonspiel mit einem Feuerwerk starten. Sowohl auf dem Court als auch abseits des Courts. Und von daher bin ich sehr, sehr froh, dass das so geklappt hat. Wir sind fast beim Thema. Wir sind eigentlich schon mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. Wir haben jetzt ein Backcourt für deine Struktur. Korrekt. Dann dachte ich, machen wir danach ein Frontcourt. Auch für deine Struktur? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir danach ein längeres Interview mit Jonathan Beere. Gerne. Und danach gehen wir dann so Richtung BBL oder so. Ja. Gucken wir mal. So, jetzt müssen wir gucken hier. Backcourt. So, mein lieber Kumpi Kumpel. Wir gehen chronologisch vor, nämlich. Wir müssen sprechen gegen den MBC. Korrekt. Haben wir danach irgendwas vergessen? Nee, MBC und Riga. Letzte Woche haben wir Riga vergessen, nämlich. Letzte Woche haben wir Riga im Frontcourt vergessen. Ja. Das ist richtig. Okay. Dann MBC. Mein Pflichtsieg. Pflichtsieg gelungen mit Schleife und Kür oder nur Pflichtsieg? Nur Pflichtsieg. Ja. Also zwischendurch, man hat, also der MBC hat sich nie wirklich abschütteln lassen. Ist immer drangeblieben. Hinten raus haben wir dann, wie sagst du, wie sagst du immer mit der Ente? Hinten kackt die Ente. Ach so, haben wir dann den Zahn komplett gezogen und dann auch deutlich mit 95, 80 gewonnen. Absolut. Ich glaube, dass das Wichtigste war das Drumherum. Da haben wir eben, glaube ich, ausführlich drüber gesprochen. Ja. McGee 27 Punkte, Flemming 21 Punkte, Till Pape, der alte Recke. Was heißt das? Weiß ich nicht. Dr. Pape mit 16 Punkten. Findest du nicht auch, das ist oder direkt eine Nerdfrage, Till Pape wirkt viel eingebundenen Spiel als letztes Jahr. Ist das richtig, mein Eindruck? Das ist korrekt. Warum ist das so? Ich glaube, ohne jetzt irgendwem zu nahe zu treten, ich glaube, er hat letztes Jahr sich vielleicht, vielleicht nicht versteckt, das ist das falsche Begriff, aber ich glaube, hinter dem Nationalspieler Chris Senkfelder ein bisschen auf der Position, naja, zurückgehalten vielleicht. Oder auch nicht die Minuten bekommen, kann ich auch sagen. Genau, und jetzt kriegt er das Vertrauen, auch von Coach Maus, nicht nur, dass er Co-Captain ist, sondern auch auf dieser Position vorangehen soll. Das tut sich unterm Korps ein bisschen durchzuwühlen. Ja, und ich glaube, er hat jetzt auch mehr Selbstbewusstsein in der Vorbereitung sich auch erarbeitet, sodass er auch da wieder an die alten Glanzleistungen aus Göttinger Zeiten zum Beispiel auch anknüpfen kann und wenn dann von außen noch der Dreier reinfällt von seiner Glockenposition da oben, den nimmt er ja gerne, ja, dann läuft's beim Till. Und er ist auch mit Emotionen dabei, also ich weiß noch, gegen den MBC, wie der mit Foul da reinkloppt, wer dann so sich selber pusht und schreit und so und das ist glaube ich sehr, sehr wichtig und ich glaube auch ihm wichtig für sein Spiel. Und hinten raus wieder die Darius McGee Show, so war's ja dann wieder. Ja, genau, der hat dann den Decker gemacht, also er hat die Platte geputzt am Ende und war sehr gut. Wer mir sehr gut gefallen hat, war Allegri, der durch den Kampf Top-Rebounder wurde. Auch so ein Wühlschwein. Ja, genau, er hat genau gewusst, was er macht und die sieben Rebounds geholt und ja, unterm Strich war es eigentlich nie gefährdeter Sieg. Flandress, Fleming dürfen wir nicht außen vor lassen. Ja, 21 Punkte, sehr gutes, richtig gutes Spiel, hat am Anfang so ein bisschen übernommen, wo McGee sich noch zurückgehalten hat, McGee kam ja eher so in der zweiten Halbzeit dann und aber Flandress auf allen Seiten, ob Rebounds, der eine Block, mal wieder Steals, also ja. Darf ich doch mal zwei Fragen? Flandress, Fleming ist vielleicht sowas wie mein neuer Lieblingsspieler. Ich glaube, da bist du nicht alleine. Ich glaube, das habe ich auch von, Entschuldigung, Mann, meine Stimme ist nicht ganz da. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir schon so zwei Highlight-Spieler jetzt in den Reihen haben. Ich glaube, dass das ein Zuschauermagnet sein kann, dass Leute wissen, ey, McGee und Fleming. Und Kennedy, eigentlich musst du auch noch dazu zählen. Auch noch, ja. Das wird spektakulär dieses Jahr und wir haben jetzt die Möglichkeit vorne ein bisschen zu zaubern. Ja, vor allem Kennedy, der ist ja gerne auch ein Abnehmer dann für die Ali-Jub-Pässe. Und den einen einarmigen Ali-Jub wieder reingestopft. Und jetzt reden wir über Darius McGee. Ich habe den Eindruck, dass er gerade im Gegensatz zur Preseason sehr viel mehr Zugriff aufs Spiel hat. Selbst den Zug zum Korb findet, den Assist sucht und findet. Abschluss brauchen wir nicht überreden, der hat er immer. Aber wenn jetzt diese drei Sachen zusammenkommen, hui, dann hat der ein gutes Waffenarsenal in der Hand. Was ich vor allem auch sehr clever finde von Coach Morse, ihn nicht starten zu lassen. Okay. Weil als Gegner konstruierst du dich ja erstmal in den ersten fünf, sechs, sieben Minuten auf dein Gegenüber, die Starting Five und so weiter und so fort. Und du versuchst erstmal mit Systemen, mit Struktur, was ich auch gerne mag, mit Struktur, ins Spiel reinzukommen. Am Anfang, das sieht man auch immer wieder, das wird aber in ganz vielen Mannschaften mittlerweile genutzt, dass die ersten ein, zwei Angriffe in der Regel immer versucht werden, über den Big Man zu gehen. Es wird immer versucht, am Brett zu einfach erstmal reinkommen ins Spiel. Erstmal Easy Buckets, irgendwie ein Korbleger von Kennedy oder sonst irgendwas. Und damit hast du natürlich so ein freies Radikal wie McGee, den du dann reinwerfen kannst. Gut, der spielt dann auch relativ viel noch weiter. Aber du kannst den von der Bank bringen und dann zerstört er den Gegner einfach. Genau. Das heißt, wenn du und ich jetzt die Podcast-Analogie finden musst, dann wirst du quasi so der Till Pape im Podcast, der vorne mal sicher einen reinmacht. Und ich bin dann eher so Darius, der sich nicht so gut vielleicht an Systeme halten möchte und einfach mal aus Zehmetern einen reinschießt oder so. Ja, aber meistens triffst du ja. Meistens, aber nicht immer. Wenn du nicht triffst, dann musst du es mir erklären, was du damit meintest. Genau. Aber auch da eine Analogie. Darius hat das Gefühl, dass seine Kurve hinten im Spiel immer höher ansteigt. Der kriegt dann hinten noch so einen Lauf immer. Ich glaube, das liegt auch daran, dass der Gegenspieler irgendwann auch müde ist. Dadurch, dass er halt nicht so die, er muss ja keine 40 Minuten gehen bei uns, als Starter müsste er das vielleicht, sondern dass er zwischendurch auch von der Bank, wie gesagt von der Bank kommend, dann immer wieder mit frischer Energie ran kann. Und ich glaube auch, seine Statur, seine Art, seine Kondition, das Ganze spielt ihm natürlich in die Karten, seine Schnelligkeit, dass der Gegenspieler vielleicht noch schneller rennen muss, um an ihm dran zu bleiben und er dann am Ende die paar Körner mehr noch im Tank hat, um seinen Gegenspieler dann wirklich frisch zu machen und dann halt auch die freien Würfe kriegt, die freien Layups. Und selbst nicht. Er kann auch gegen drei Mann zum Korb ziehen und wustelt sich dann da unten drunter irgendwie durch und macht dann so einen, wie hast du es genannt, Zirkus. Der Zirkus ist in der Stadt. Genau, genau. Machen wir da mal den Deckel drauf auf den MBC? Ich würde zusammenfassend ein erfolgreicher Saisonstart in den Telekom-Dome, Fechterspiel so ein bisschen egalisiert und mit der Show und dem Spiel. War auch sehr wichtig. Es war einfach wichtig für diese junge Mannschaft, jetzt auch mal ein Erfolgserlebnis zu haben im Dome. Gucken, wie es zu Hause geht. Genau. Wie ist das denn, wenn die Halle voll ist, wenn die ganzen 6000 Verrückten da schreien und klatschen und trommeln und weiß ich nicht was alles. Also von daher, das ist eine gute Nummer. Das war sehr gut. Ja. So. Dann müssten wir jetzt leider, leider einmal hier drauf gehen. Wo ist es denn? Jetzt weg. Es ist, ich muss mein Jingleboard dringend zur neuen Saison wieder ein bisschen in Schuss bringen. Aber ist auch egal. Wir gehen zur Basketball Champions League, ja? Genau. Hier hin. Bäh. Es ist egal. Fang schon mal an. Wir spielen gegen VEF Riga. In Riga. In der Halle, wo ich letztes Jahr war, als wir gegen Hollande gespielt haben. So. Man geht eigentlich mit breiter Brust in das Spiel, wo man sagt, auch vorher so ein bisschen das Gefühl hat, das Spiel sollten wir eigentlich gewinnen. Man ist eigentlich auch als Favorit hingefahren, glaube ich. Vielleicht. Der Schleiner. Vielleicht der schwächste Gegner in der BCL. Oh, nee. Nee? Die sind lettischer Meister, okay. Ja. Dauermeister eigentlich in Lettland. Okay. Haben auch ein paar richtig gute Jungs da, haben wir ja jetzt gesehen, die da mit rumlaufen. Aber jetzt meine Frage an dich. Wenn die Telekom-Baskets in der lettischen Liga spielen würden, würden wir dann auch lettischer Meister, oder? Ich glaube, ja. 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 Also um das Niveau so ein bisschen eins ordnen zu können. Ja, ja, ja. Ich glaube dann. Okay. So. Und was ist da schiefgelaufen im Spiel? Ja, eigentlich waren wir gut drin im Spiel. Gegen Lettland. Gegen Lettland? Ja. Gegen Riga. Ja, du weißt, was ich meine. Deutschland gegen Lettland. Ja, quasi. Wir waren gut drin. Hatten, ich glaube, in der ersten Halbzeit eigentlich nicht so Probleme mit ihnen. In der zweiten Halbzeit hat dann Riga nochmal an der Physischraube gedreht. Sie waren enorm physisch. Und da in der Defensive uns wirklich den Kampf angesagt. Neid abgekauft. Ja, das kann man im Prinzip so sagen. Dazu kommt natürlich, dass Riga eine extrem international erfahrene Truppe ist. Die sind jetzt, glaube ich, sechste oder siebte Mal in Folge bei der Champions League auch mit dabei. Ja. Ja. Dann die Turnover. Die haben uns ein bisschen wehgetan, enorm wehgetan. Gut, Turnover hat immer was mit der Intensität des Gegners zu tun? Natürlich. Die haben eine hohe Intensität gefahren, Riga. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die schon in der Liga gestartet sind, in ihrer eigenen Liga. Das heißt, für die war das auch sowas wie der Aufgalopp, wenn man so will. Wir konnten auch entspannt, mussten keine Quali spielen oder so wie wir. Aufgalopp, das ist ein schönes Wort, finde ich. Entspannt rein. Und für uns war es das fünfte Pflichtspiel in zwölf Tagen. Und ich glaube, da waren dann hinten raus auch ein bisschen die Beine vielleicht was schwerer. Dann wieder in Flieger. Bisschen der Kälte. Bisschen angeschlagen. Du kommst aus Antalya, steigst aus dem Flugzeug in den Bus nach Vechta, fährst nach Hause, hast dann hier diese Abrissparty im Telekom-Dom mit Magenta-T-Shirts und blinke Bändchen und emotional bist du ganz hoch. Und am nächsten Tag kannst du eigentlich schon wieder in Flieger und fliegst nach Riga. Allein, weil sie es reimt. In den Flieger nach Riga. Ja, genau. Eigentlich nur deswegen. Eigentlich deswegen. Und deswegen glaube ich, ja, es wäre sehr schön gewesen, das Spiel zu gewinnen. Haben wir nicht. Aber es ist, glaube ich, auch kein Beinbruch, weil ob du jetzt Tabellenerster wirst oder um dann Dreck in die Top 16 zu kommen oder ob du Zweiter oder Dritter dann über die Play-Ins in die Top 16 kommst, das ist dann halt so. Absolut. So, stimme ich dir voll zu? Ja. Gehen wir in deine nächste Lieblingskategorie. Gerne. So, und morgen ist wirklich ein Highlight-Jagd, das nächste. Ist so. Ja, Main-Event-Jagd, Main-Event. Morgen geht es dann in die Mutter aller Spiele. Ja, ist so. Ja, ich weiß. Also morgen ist quasi Muttertag bei uns im Telekom-Dom. Vorgezogener Muttertag, gegen die Mutter aller Spiele. Eigentlich ist es ja so gestern, also am Donnerstag, haben wir die Talents von Röndorf gegen Alba gespielt. Ist das dann eigentlich die Tante aller Spiele? Wegen Talents Tante? Ja, wegen die Frauen dann. Ach so, weiß ich nicht. Müsste aber dann eigentlich eher der Onkel sein, weil wenn die Herren gegeneinander spielen und dann die Mutter ist, dann müsste das ja dann die Onkels sein. Dann müssen wir komplett andersrum denken, oder? Das Gegenteil. Ich weiß es auch nicht. Man weiß es nicht. Irgendwie so. Es war auf jeden Fall toll. Kommen die zusammen? Also die Alba-Damen und die Alba-Herren fliegen die in einem Flugzeug? Ja, ja. Die auf dem Rücken des Albatross. Wahrscheinlich, ja. Mit Nils Holgersson. Der Hermanson. Nils Hermanson. Du möchtest bestimmt ein bisschen was von mir jetzt über Alba hören, ne? Ja, weil ich weiß nichts. Ich weiß nur, dass, ähm, ja was weiß ich eigentlich? Ich weiß, dass der Dingensweg ist, ne? Der, ähm, T-Mann. Ja. Wo spielt der jetzt Börgel? In Japan, ne? Ach so, ich dachte, du meinst unsern. Genau, genau. Und, äh, dann weiß ich eigentlich nicht mehr viel. Ich weiß, dass die den aus Ulm geholt haben. Mhm. Und, dass der Thomas geblieben ist. Yep. Dass Hermanson geblieben ist. Yep. Malte Delo ist noch da. Mhm. So. Aber mehr weiß ich nicht. Matissek. Matissek. Um einige zu nennen. Okay. Also die haben einen großen Kern gehalten. Komischerweise ist es so. Die haben eigentlich einen großen Teil der Mannschaft gehalten, aber irgendwie heißt es immer, das ist nicht mehr das Alba der letzten Jahre. Aber, warum? Jaja, also der, 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 ich glaube viele verwechseln immer Alba mit Bundesliga und Alba mit Euroleague. Ich glaube Alba hat neun, korrigiert mich bitte, ich glaube neun, ähm, nicht Deutsche im Kader, sagt man das so? Jaja, klar. Ja. Zeigt Alba das Gesicht vom ersten Spieltag, wo sie mit 17 gegen Hamburg verlieren oder zeigen sie das Gesicht vom zweiten Spieltag, wo sie mit 35 gegen Oldenburg gewinnen? Ja. Ähm, ähm, in dem Star-Ensemble. Ja. Ähm, ja. Sie müssen allerdings, ähm, bevor sie, ähm, am Sonntag bei uns spielen, ähm, an einem, wir sind ja der transparente Podcast, an einem Spiel, was noch nach dieser Aufnahme erfolgen müsste, was vor dem Spiel am Sonntag wäre, müssen sie noch Euroleague spielen. Ei, gegen wen? Und zwar zu Hause gegen Panathinaikos Athen, das ist niemand anders als der aktuelle Euroleague-Champion, der nochmal nachgerüstet hat, also wenn man richtig geilen Basketball gucken will, sollte man sich das Spiel angucken, ähm, ich bin mal gespannt, wie Alba da in dieser aktuellen Verfassung da aussehen möchte, deswegen sage ich, je nachdem was da kommt, wir unsere Turnover im Griff kriegen, weil das war zum Beispiel das große Problem von Oldenburg, die hatten fast 30 Turnover gegen Alba und dementsprechend sind die da auseinander gepflückt worden, das heißt, wenn wir unsere Turnover im Griff behalten, und eine gute Trefferquote haben, Heimvorteil nutzen, Heimvorteil nutzen, natürlich, äh, es wird volle Hütte sein, nehme ich an. Es gibt noch ein paar Resttickets, lieber Hartz, ich weiß jetzt nicht, ob es am Samstag noch ein paar, 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 ganz wenig, bitte nochmal schauen. Genau, einfach nochmal schauen, ich glaube, dann klappt es auch gegen Alba und wenn wir da stark verteidigen und gerade jetzt am Anfang der Saison, wo die noch brauchen, bis sie sich gefunden haben, bis, äh, die ganzen Spieler alle wieder gesund zurück sind, wenn nicht jetzt, wann dann? So, guck mal, und damit machen wir das hier. Werbung! Ja, meine lieben Freundinnen und Freunde des gepflegten Werbesportes, auch in dieser Werbepause möchten wir unseren Lieblingspartner loben und preisen, und zwar Gebäude, Dienste, Kleinstück. So, und jetzt haben wir das letzte Sendung großartig angekündigt, unsere Unterkategorie heißt ja Claim für Kleinstück. Genau. Wir suchen ein Claim für Kleinstück. Ja. So, und da haben wir uns Gedanken gemacht, oder? Ja. Hast du dir Gedanken gemacht? Ich hab mir Gedanken gemacht. So, was können wir machen? Hast du was? Ich hab was. Ne, da soll ich anfangen? Sollst du anfangen? Weiß ich nicht. Ich fang jetzt mal an, wo hast du irgendwo auf deinem Zettel stehen? Ich hab ja hier, ja, du kennst mich, Struktur, ich hab Zettel. Genau, ich mach das, ihr weißt ja, ne, aus der Lameng. Ich würd einfach sagen, ein Claim für Kleinstück wäre zum Beispiel, ähm, bei uns arbeiten selbst die Lappen. Okay, das ist gut. Zum Beispiel. Das ist gut, der ist gar nicht schlecht. Also ich hab zum Beispiel nicht kleckern, sondern klotzen und wenn doch mal einer kleckert, dann kommt Kleinstück und klotzt ran. Finde ich gut, weil es besonders kurz ist. Ja, okay, es ist jetzt vielleicht etwas länger, aber die anderen zwei, also ich hab noch zwei, der eine ist auch was länger. Ja, ja, ähm, ansonsten, was können wir noch, also den haben wir, ähm, äh, hier ist nicht nur der Chef ein Lappen, nee, das können wir nicht machen, ne? Also ich hab zum Beispiel, unter Druck entstehen Diamanten und wir arbeiten mit Hochdruck und bringen den Glanz auch in eure Hütte. Auch ein bisschen lang kurz, finde ich sehr schön kurz. Aber ich hab auch zwei. Kann man sich mal vorstellen auf so einem Werbeplakat, ne? Okay, das sind wir. Komma, Bindestrich, ah, wir brauchen noch eine zweite Seite, also. Ich hab noch einen kurzen. Ja, okay. Ja, kleines Stück. Also, okay, noch einen kurzen. Nee, 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 jetzt, ich hab wirklich einen kurzen, also, kleines Stück. Da mach ich einen Jingle drauf. Ja, auf wie aus. Okay, äh, kleines Stück, wenn es sauber werden muss. Okay. Ja, oder, oder, ob Parkett, Wiese oder Stein, kleines Stück macht es wieder rein. Okay. Alles klar? So. Nehme ich es hin. Jetzt du. Ja, ich würde sagen, kleines Stück mach auch Mist. Ich hoffe nicht, mach noch Mist weg. Also irgendwie sowas, ne? Ähm, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Aber. Aber weißt du, der… Viel wichtiger ist ja, dass die, wie sagt man, Schwarmintelligenz uns was zumailt dazu. Wie heißt denn der Kleinstück mit von einem Kevin, ne? Ja. Aber da können wir nicht so mit dem Logo von Kevin-Kleinstück, weißt du? Das ist CK. Also, ja, ja. Aber mit der Kevin mit. Machen wir dann einfach. Ach so. Okay, das haben wir schon mal. Wir bereiten uns auch weiter vor. Genau. Ja, ähm, wir haben jetzt mal acht lange Claims, ne? Zwei kurze. Okay. Drei kurze haben wir gerade schon mitbekommen. Ja. Und… Was lachst du? Hast du schon drei kurze drin? Ja, genau. Genau, in diesem Sinne, das ist natürlich alles nur, weil wir Gebäudienste Kleinstück lieben. Ja. Und wir wissen, dass die einen ganz tollen Service machen. Absolut. Und ich muss, genau, ich muss es nochmal sagen, ich ziehe ja bald um, ne? Privat. Übrigens, als ich das letzte Mal im Podcast erzählt habe, habe ich danach wirklich viele Nachrichten bekommen. Warst du, ziehst du um? Wo ziehst du hin? Brauchst du jetzt nicht, ne? So, ähm, wie gesagt, ich plane so eine kleine Abrissparty, ne? In meiner alten Wohnung. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das danach wieder hinbekomme, ne? So, und deswegen brauchst du anschließend dann Gebäudedienste Kleinstück. Keine Werbung mehr. So hast du es eben angekündigt. Ja. Wir hatten Besuch. Wir hatten Besuch und zwar ambitionierten Besuch, was auch… Großen Besuch. Großen Besuch. Netten Besuch. Absolut. Witzigen Besuch. Auch. Reflektierten Besuch. Immer zugewandten Besuch. Ja. Und, äh, einfach fully, äh, connected. Ja, ich glaube, und das kann man so sagen, er ist froh, jetzt auf der Gewinnerseite zu stehen. Genau. Er ist die Beere auf der Torte. So. Unser Center. Jonathan. Beere. Hartberg Hotel. Das Interview der Woche. Und da ist er. Da ist er, unsere Neuverpflichtung. Ja, genau. Jemand, der endlich gewinnen will. Ja, genau. Jemand, der endlich auf der richtigen Bank Platz nehmen darf im Torte. Dessen Vorfahren im Wald wohnen. Ist das so? Wegen Beere. Ach so? Egal, komm. Okay. Kommi. Was sollte sich ändern im Podcast? Wenn ich dir in einem Podcast nicht einen Witz erklären muss, dann brechen wir ab. Dann brechen wir ab. Egal. Aber unsere Nummer eins. Unsere Nummer eins. Der König aller Wechsler. Hier ist Jonathan. Beere. Danke, 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 danke. Herzlich willkommen im Hartberg Hotel. Ja, danke. Es ist mir eine Ehre, dass ich hier sein darf. Du hast es ja schon oft gesehen von außen, hast du gesagt, ne? Und jetzt endlich drin. Wie gefällt es dir denn hier von innen so? Ja, süß, süß, wie vorhin gesagt, klein aber fein. Aber ja, Tapete, sehr süß. Möchte man das hören jetzt, Mann? Wie findest du mich? Oh, süß. Ja, aber ich beschreibe ja nicht dich so. Ich beschreibe das Ambiente hier so. Okay, da bin ich ja beruhigt. Die Ambience. Der Ambience. Was? Was? Okay. Du sprichst hier mit einem Native American, ne? Meinst du? Ja. Das klären wir gleich. Was heißt denn Ambiente auf Englisch? Das ist eine gute Frage. Das ist nicht so spezifisch. Spezifische Vokabeln. Surrounding. Ja, aber das ist zu allgemein, glaube ich. So sophisticated. Okay, mein lieber Jonathan Beere, erste Frage, einfache Frage, wie geht es dir? Wie geht es mir? Ja. Dir? Ja, mir geht es gut. Ja, mir geht es gut generell. Okay. Natürlich jetzt in der Saison gehen immer Sachen, die besser und schlechter sein können, personell, also persönlich oder mit der Mannschaft, aber generell geht es mir gut. Jetzt bist du ja hier im Rheinland und im Rheinland sind Traditionen ja ganz wichtig, ne? Also Traditionen werden gerade im Hardback Hotel enorm, enorm groß geschrieben. Ganz groß. Enorm. Und es gibt so eine, die erste, die du kennenlernst, ist The Lord of the Questions, der Herr der Fragen. Das ist unser Kumbi. Ja, und während er die erste Frage stellt, ich höre mich auch sehr erkältet an, ne? Gut. Gehe ich in so eine Küche, die ist ja beim siebten Untergeschoss und hole so was Leckeres aus der Region für dich. Schoffe, du hast ein bisschen Hunger mitgebracht. Ah, ja, ja, ein bisschen was geht immer auf jeden Fall. Wir sind heute Morgen erst zurückgekommen, also Gericht gegessen habe ich noch nicht. Guck mal. Schönen Platz habe ich. Das ist lecker. Bis gleich, Nis. Genau, und während der Benni mal schnell ins siebte Untergeschoss flupscht, ich nehme es direkt mal auf, was der Benni eben gesagt hat. Du bist Deutsch-Amerikaner. Sei doch mal so lieb und erklär uns mal, wieso Deutsch-Amerikaner. Erklär mal, wer ist wer, Mutter, Vater und wie bist du eigentlich aufgewachsen und groß geworden und wo? Also ich bin in Wiesbaden geboren, meine Mutter ist Deutsch, mein Vater ist Amerikaner. Aber ja, wie gesagt, Wiesbaden geboren, aufgewachsen. Ähm, boah, das ist wild. Ähm, ja, ähm, und hab da dann bis ich, glaube ich, 18 Mal gewohnt, gelebt, Schule, Abi, alles mögliche, ganz normal. Ähm, und bin dann in die USA ins College gegangen und hab da fünf Jahre verbracht. Ähm, deswegen ein bisschen selbsterklärend Deutsch. Größten Teil meines Lebens in Deutschland gewesen, dann ein paar Jahre in Amerika. Hab auch bei den Staatsbürgerschaften. Darfst du wählen? Ich spreche, ja, ich spreche beide Sprachen fließend und, äh, ja. Also Englisch und was noch? Na ja, Deutsch versuche ich. Ich bin ehrlich, nach dem, nach dem, nach dem College, als ich fünf Jahre weg war, am Stück, zurückgekommen bin, war Deutsch in Krise. Ehrlich? Ja, 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 ich hab so rumgestottert. Das war unglaublich. Ja, nein, du bist ja native. Ähm, aber du darfst in den USA auch wählen, ne? Machen wir jetzt keine Diskussion, aber du machst dann auch Briefwahl und so, oder? Also jetzt von hier nicht, aber wenn ich da wohnhaft bin, darf ich da probieren. Ah, okay, aber du darfst es nicht von Deutsch im Briefwahl machen, oder? Boah, guck mal, da hab ich mich jetzt nicht so genau informiert. Okay. Es ist mir zu wild alles da drüben. Aber, also, kann sein, dass ich von hier da... Das ist wild. Nicht das Essen hier. Ja, ähm, ich hab mit meiner eigenen Hände Arbeit, äh, hier so ein paar Brötchen gespielt. Ja, das ist eine schwere Arbeit gewesen, ja. Na, ich muss ehrlicherweise sagen, diesmal war ich es nicht selber. Ich hab sehr liebe Hilfe gehabt, ähm, von unserer Hotelpraktikantin, Anna. Okay. Die hat das ganz toll gemacht. Liebe Anna, ja. Ja, ganz enorm, enorm lieb. Also viele Grüße. Und, äh, das nennt sich, wir hatten das letztes Jahr schon mal bei Sam, glaube ich. Bei Sam? Ja. Ja, hatten wir, da hat auch die Mutter und der Papa mitgegessen, ich erinnere mich. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, das heißt Halverhahn, ne Halverhahn, ne, und zwar, das ist... Mit einem Rögeltsche. Das ist mit einem Rögeltsche, ne, das ist quasi, also, Brötchen mit Käse. Das hab ich mir fast gedacht. Mittelalter Gouda, genau. Genau, und ich hatte im letzten Podcast mal erzählt, woher die Story kam. Da war nämlich so ein Typ irgendwie im Mittelalter hier im Rheinland, der hat, äh, was verkauft, der hat aber nicht genug Geld, um mehr Hähnchen zu verkaufen. Hat einfach Brötchen mit Käse verkauft, hat es Halverhahn genannt und der Gewinn ging nach oben. Also, ein richtig guter BWLer war das, ne? Marketing. Ja, ist krass. Marketing. Man muss dazu sagen, wenn man in Köln in ein Brauhaus seiner Wahl zum Beispiel geht und man ist jetzt kein Urkölner und vielleicht das erste Mal da und denkt sich, ach, Halverhahn, ne, also ein halbes Hähnchen für 4,90 Euro, gönne ich mir, dann kriegt man in der Regel ein Käsebrötchen und halt kein halbes Hähnchen oder so. Und dann, dann... Das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Und wenn man das nicht weiß, dann... Er puckt ihn weg! Dann packt man es wieder weg, ne? Hast du mitbekommen hier, wie Chris Schmidt ausgerastet ist, als ihr in Antalya wart? Er puckt ihn weg! Da ist nix, mein Junge. Da ist nix außer Unvermögen. So, dann würde ich einfach machen, bitte nimm dir eins, sehr gerne. Guck mal, das Problem jetzt ist, weil ich mich nicht vorgemannet habe, ich habe meine Alleiner-Sinn, damit ich gerade schöne Zähne habe. Damit kann man nicht essen. Ich will sie erst rausnehmen. Das ist nicht schlimm, weil der Benni isst gerne live, weil du musst auf jeden Fall was essen. Dann stelle ich einfach die zweite Frage. Ich kann die auch gleich sofort rausnehmen, weil dann muss ich kurz ins Badezimmer und die sauber machen und so. Oder wir machen erst fertig und dann essen wir in aller Ruhe zusammen. Du kannst ja schon mal mampfen. Das ist auf jeden Fall sehr lecker. Das ist natürlich so. Wir können eine Pause machen und du bist ins Badezimmer, wie du möchtest. Sag's mir. Ey, ihr seid die Bossi, ich bin Gast. Hast du Hunger oder nicht? Hast du Bock oder nicht auf so ein Brötchen? Das muss ich auch niesen. Lass kurz Pause machen. Okay, wir machen Pause. Bis gleich, nix. So, da sind wir zurück. So schnell geht's, ne? Da sind wir zurück. Du warst auch im siebten Untergeschoss jetzt, im Bad dann. Ja, das hat ja ziemlich lange gedauert. Aber du hast das Personal dir gezeigt, wo es lang geht. Ja, ja, klar. Aber es ist so viel los hier, dass der Aufzug voll war. Das ist das Problem meistens, ja. So, jetzt aber mal zugreifen, bitte. Ja. Das ist lecker. Sonst denken wir wirklich, es war eine Ausrede. Kombi? Nee, 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 alles gut. So, cheers. Herzlich willkommen. Hey. Hey, ja. Das gehört dazu, ne? Mhm. Ja. Halber hast dich. Vielen Dank für eure E-Mails. Das ist lecker. Ich freu mich. Wir machen gleich noch ein bisschen hart die Post. Aber lecker. So. Die Frage ist, wer zuerst fertig gekaut hat, ne? Das wäre die nächste Frage. Dann du. Meinst du? Mhm. Ich nehme an Schlau. Du stinkst das immer so runter. Du bist mehr so der Typ mit 56 Mal kauen, ne? Nee. Nee, auch nicht. Ja. Du hast gerade gesagt, kauen Ruhe auf. Erstmal Frage hören. Von Wiesbaden, hast du ja gesagt, ging es dann rüber aufs College. Wie ist es dir da gegangen und was hast du studiert? Ich habe studiert Double Major in Business Management und Finance. Also BWL-mäßig hier in Deutschland. Und wie ist es mir gegangen? Ja, es waren interessante vier, fünf Jahre. Viel erlebt, viel gewachsen als Person. Ja, College, Schule, Basketball. Es gibt viele Geschichten. Ich weiß nicht, wie viele ich hier erzählen soll. Alle, alle. Ja. Gibt es Geschichten auf dem College? Wie in diesen amerikanischen College-Highschool-Movies. So diese Verbindungen und dann gibt es da so ganz wilde Partys. Ja, also man macht zwei Tage später auf und weiß nicht, wo man war. Apfelkuchen. Guck mal, ich war ja Athlet, ich habe meinen Job seriös genommen. Deswegen kann ich da nicht ganz so viel zu sagen. Aber natürlich ist das alles ein bisschen überspitzt, weil man das als irgendwie einen Film sieht. Aber zum Grad, ja, das war schon. Also man hat auch viel lustige Sachen mitbekommen. Gute Partys. Als Außenstehender. Ja, klar. Aber ja, war auf jeden Fall eine gute Zeit. Habe ich ganz häufig diesen Lärm da von diesen Partys gehört. Mensch, Mensch, Mensch. Ich konnte gar nicht schlafen. Ja, immer beschwert. Naja, so muss man sofort. Da ist man immer sehr beliebt. Guck mal, das ist, warum wir uns so gut verstehen. Das haben wir gemeinsam. Ich habe ja auch BWL studiert. Also ich habe ja Sportmanagement studiert. Mein Grund ist, warum ich BWL studiert habe, weil ich Menschen helfen wollte. Wie genau? Kennst du, es gab mal eine... Das ist interessant, das ist interessant. Machen wir da mal weiter. Eine Gruppe, ich studiere BWL, weil ich Menschen helfen möchte. War das bei StudiVZ so eine Gruppe? Ja, genau. Aber das StudiVZ kannst du doch gar nicht kennen. Kenn ich nicht. Da warst du noch gar nicht geboren. Also ich war gerade bei SchülerVZ. Ja, und dann direkt zu TikTok. Achso, okay. So, jetzt bin ich wieder dran, ne? So. Du heißt Eric, Jonathan, Sydney, Beere. Warum? Ja, kein Problem. Beißen wir alle nochmal ab, ne? Der Podcast wird heute eine Stunde zwölf, dreißig dauern, weil alle nur am Kauen sind. Ähm, musst du meine Mutter natürlich fragen. Also Eric ist der Name meines Vaters. Also habe ich geerbt sozusagen. Ähm, Jonathan, bin ich mir nicht. Ich mochte sie, glaube ich, einfach. Ich glaube, es ist der Bibel, Jonathan. Was ist David und Goliath? Boah, das weiß ich nicht. Ich bin ziemlich sicher. Der Sohn vom König. Der Kleine heißt Jonathan. Ja, genau. Ich glaube, von David und Goliath ist David und Goliath, glaube ich. Und Jonathan. Und Jonathan. Wir schreiben die Bibel neu, David und Goliath. Und, ähm, Sydney, äh, weil, Sydney Poitier, weiß ich, obwohl du vielleicht kennt, sagt der Name dir was? Nee, gerade nicht. Keine Ahnung. Irgendwie der Lieblingsschauspieler von meiner Mutter. Der erste, der erste, habe ich nicht gefaktcheckt, von meiner Mutter hat mir so erzählt worden, der erste dunkelhäutige Schauspieler, der den Oscar gewonnen hat. Ich glaube, das kann sogar sein. Ich wusste, dass er den Oscar gewonnen hat und ich war mir nicht sicher, ob das der erste war. Okay, alles klar. Und das heißt, es heißt aber Jonathan und nicht Jonathan. Nee, nee, Jonathan. Jonathan, okay. Aber Eric ist ja dein erster Name, ne? In Theorie, ja. Aber dein Rufname Jonathan. Ja, also ich wusste selber nicht, dass mein erster Name Eric ist, bis ich irgendwie mal Schule gewechselt habe, irgendwie fünfte Klasse und mich dann auf jeden Fall mit Eric genannt habe. Ah, oder Eric. Oder was passt ja auch zu Bonn, ne, wegen der Legende? Eric Taylor. Ah. Das ist eine der größten Legenden hier. Ja, macht Sinn. Von daher passt das. Ja, trotzdem lieber Jonathan. Und wie ist das? Das fragen auch viele Fans. Du heißt ja Jonathan Bäre mit Ä, ne? Auf dem Trikot steht er aber mit A, E. Weil uns die Pünktchen ausgegangen sind, oder? Nee, tatsächlich ist es ganz einfach. Ich hatte halt, ich weiß nicht, früher in Frankfurt, ob ich in der Pro B Bäre, ob ich da meinen Namen auf dem Trikot hatte, ich glaube sogar nicht, aber das erste Mal, als ich meinen Namen auf dem Trikot hatte, war in den USA tatsächlich, im College. Und da haben die halt kein R. Und wenn ich meinen Namen jetzt mit R irgendwie auf dem Trikot sehen würde, das ist irgendwie ungewohnt und komisch. Deswegen habe ich es einfach A, E beibehalten. Und um das direkt abzuhaken, du trägst die Nummer 1. Was ist der Grund hinter der Nummer 1? Einfach finde ich cool. Nee, auch mein Lieblings, mein Lieblingsbasketballspieler of all time ist Tracy McGrady. Ja, keine Ahnung, ich weiß noch, mein erster Kontakt mit Basketball war, mein Bruder hat so diese Schapanini-Basketballkarten früher gesammelt und die von Tracy McGrady mit dem Orlando Magic White and Blue Stripes Trikot sah einfach geil aus. Habe ich mir dann stibitzt. Als Kind macht man sowas manchmal, tut mir leid, bro. Und ja, kam seitdem. Jetzt weiß er es. Ah, wusste schon vorher, aber kann mich auch noch hier in public entschuldigen. Und ja, seitdem war es einfach ein Lieblingsspieler und war Nummer 1, passt. Das ist gut, da sind wir ja schon mittendrin in der Basketballwelt. War für dich schon immer klar, dass du Basketballprofi werden wolltest und hat sich an dem Plan irgendwas geändert? Du hast ja, glaube ich, auch ein, zwei Verletzungen auf dem College gehabt. Hat sich da irgendwas verändert dann zwischendurch? In dieser Zeit, wo du verletzt warst oder war das klar, ich gehe aufs College und komme wieder als Basketballprofi? Es war eigentlich nie wirklich der Plan, Profi zu werden. Also ich habe, ich glaube, ich habe bei Basketball angefangen, als ich so 12, 13 Jahre alt war. Habe davor alles Mögliche gemacht. Leichtathletik, Fußball, Hockey. Alles Mögliche ausprobiert. Einfach, keine Ahnung, als Kind Spaß gehabt. Und Basketball hat einfach Bock gemacht. Und irgendwann muss man halt mehr Zeit investieren. Und dann habe ich mich halt auf Basketball fokussiert. Aber es war nie wirklich das Ziel, ich will unbedingt Profi werden. Natürlich, irgendwann, es war immer ganz gut. Und irgendwann war halt die Zeit, wo ich dann nach Frankfurt gewechselt bin, einfach um NBBL und Region probiert zu spielen und so weiter und so fort. Und dann hat man sich ein bisschen damit befasst. Aber selbst da war nie wirklich das Ziel, einfach Profi zu werden. Und USA war auch eigentlich einfach nur studieren. Ich habe Familie da. Mein Bruder ist in Atlanta. Also nicht so weit von der Schule entfernt, wo ich hingegangen bin. Und es war einfach naheliegend. Und dann habe ich da gespielt und es war immer noch ganz gut. Und ja, aus Spaß, das Hobby, den Job zu machen, habe ich zweifeln naheliegend. Ja, ist einfach natürlich passiert irgendwann. Vom College ging es ja dann für dich dann nach Lubo. Da hast du dann unter John Patrick gespielt. Wir wissen alle, wofür John Patrick bekannt ist. Nicht nur irgendwie aus 10 Alt macht 10 Neuspieler, sondern vor allem auch während der Saison. Vor allem auch verteidigen, verteidigen, verteidigen. Full Court Press, Full Court Press. Hat dir das geholfen? Diesen Wechsel vom College in die BBL schnell hinzubekommen, direkt zu sehen, okay, so weht der Wind hier. Zum gewissen Grad bestimmt. Natürlich war viel Umstellung. Ich komme jetzt auch nochmal auf die Verletzungen, weil ich habe die Hälfte der Frage einfach ignoriert fast. Ja, ich hatte ja zwei Kreuzbandrisse am linken Knie im College, wodurch ich dann auch viel Zeit verpasst habe. Und dann habe ich ein Jahr, bevor ich hergekommen, nochmal gespielt. Und 100 Prozent würde ich jetzt nicht sagen, dass ich direkt war. Also hat schon etwas gedauert. Und dann herkommen nach diesem einen Jahr im College spielen unter JP in Ludwigsburg. War auf jeden Fall nicht immer einfach. Natürlich muss man sich erstmal an die Physis generell gewöhnen. Er will dann nochmal eine Schiffe drauf haben. Deswegen muss man dann direkt ein bisschen über sich hinaus wachsen, sage ich mal. Aber es hat mir auf jeden Fall im Großen und Ganzen gut getan. Natürlich war man auch ab und zu frustriert oder hat nicht so viel Spaß gehabt oder musste mental mit bestimmten Sachen umgehen. Aber letztendlich habe ich das alles ganz gut erledigt und bin gut mit klargekommen und bin jetzt hier. Kumbi, du bist dran. 139 Spiele, habe ich gelesen, hast du für Ludwigsburg gemacht. Und jetzt hat es dich im Sommer nach Bonn verschlagen. Erzähl mal, wie kam es dazu und was hat dich bewogen dann zu sagen, ich breche meine Zelte in Ludwigsburg ab und gehe nach Bonn? Ja, es war einfach ein Mix aus mehreren Faktoren. Ich habe mich in Ludwigsburg sehr wohl gefühlt. Vor allem jetzt auch unter Josh King und mit David McRae, dem Assistant. Natürlich, beide haben neue Headcoaching-Jobs bekommen woanders. Die mit in Kreuzern, wo es sehr gut läuft, was mich sehr freut. Und Josh in der Türkei, bei Rado Shafaka. Und ja, es hat sich einfach angefühlt, als wäre es Zeit, was Neues zu probieren. Neue Schritte zu gehen und auch ein bisschen zu wachsen in bestimmten Feldern. Und ich muss ehrlich sagen, Bonn war einer der Vereine, die auf mich zugekommen sind. Die Interesse geäußert haben und ich war, ehrlich gesagt, ziemlich froh. Natürlich muss man immer noch über Details reden, aber ja, ich war immer, auch als Kind schon, wo man nach BWL im Fernsehen zugeschaut hat, ab und zu. Fan von Bonn und Oldenburg. Früher, aber jetzt zu Bonn. Früher hat er gesagt. Ich bin ja nur ehrlich. Aber ja, auch, wie gesagt, Bonn auch noch am Rhein gelegen. Nicht so weit weg von Wiesbaden, wo meine Mutter immer noch wohnt. Da hat sich die Argumente. Ja, ja. Und ja, natürlich auch mit Coach geredet. Habe von ihm auch viel Gutes gehört, von Jeffrey Wilson, der ein Teammate von mir war. Und dann Johan und D-Mac haben mir auch viele von Bonn erzählt und ihrer persönlichen Zeit hier. Deswegen hat für mich einfach alles gepasst. Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Du hast das ja vor zwei Jahren hautnah mitbekommen. Wir haben es ja das Basketballett genannt, vor zwei Jahren, als Jormann, also Jormann ist ja per se ein Publikumsliebling hier gewesen. Der war ja Liebling. So, dann war diese Halbfinalserie und Jormann ist ja in der Defense nicht zimperlich. Und sagt dann, wir spielen halt kein, wir machen nicht Ballett, sondern Basketball. Und dann haben, sorry, Bonn hat ja dann Ludwigsburg 3-0 geschlagen und die Bonner haben dann auf dem Parkett Ballett getanzt. Wie hast du das mitbekommen, dass jetzt auch Jormann vom Publikumsliebling so, ich würde sagen, nicht so Feinfigur, aber nicht mehr so beliebt ist. Wie hast du das von The Insight mitbekommen? Also mir war ja auf jeden Fall bewusst, dass Bonn die Fankultur sehr leidenschaftlich ist. Aber das zeigt einfach nochmal, wie sehr die Fans wirklich hinter ihrer Mannschaft stehen. Also auch, dass man, wenn man als Ex-Spieler wirklich, Jormann ist auch sehr leidenschaftlich. Deswegen ein paar Facebook-Posts, die vielleicht nicht hätten sein müssen. Ja, dass man als Fan da hinter seiner Mannschaft steht und hinter seinem Coach steht, respektiere ich absolut. Und ja, also für mich war es einfach lustig zu sehen, weil Jormann sich wirklich darüber aufgeregt hat. Aber ja, natürlich, super Mannschaft gehabt in dem Jahr. Also Jormann hat sich darüber aufgeregt, dass wir hier Ballett getanzt haben? Nein, 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 einfach über die Situation geregt. Okay, okay. Jormann nimmt immer alles sehr zu Herzen. Aber jetzt sind wir ja mittendrin in der Stadt nur dabei, auch beim Thema. Die Duelle in den letzten Jahren zwischen Ludwigsburg und Bonn waren immer hitzig. Ich finde aber, das ist vielleicht jetzt kleinen Einschub, die waren hitzig, aber nie so super unfair hitzig. Die waren einfach nur hitzig. Es gibt Duelle wie früher gegen Bamberg, da wurde es auch unfair. Ludwigsburg ist einfach ein gutes, sportliches Duell gewesen, aber immer hitzig. Klammer auf, natürlich jetzt sehr, sehr häufig mit dem besseren Ende für Bonn. Musste noch mehr erwähnen werden. If you can beat them, join them, war ja klar. Wie ist das denn jetzt für dich so auf der anderen Seite, sag ich mal zu sein, auf der guten Seite, bei den Jedi-Rittern? Wie fühlt dich das an jetzt, bei der Rebellion zu sein? Ah ja gut, noch haben wir nicht gegen Ludwigsburg gespielt dieses Jahr. Also bisher fühle ich mich hier sehr wohl. Also ich bin wirklich happy mit meiner Entscheidung bisher. Natürlich ist es noch sehr früh, aber bisher, ich hätte mir nichts irgendwie besser vorstellen können hier in Bonn. Ja, also ich fühle mich wohl. Jedi-Design ist cool. Ich habe zwar keine Blitze mehr, die ich schießen kann. Das muss man nochmal trainieren so ein bisschen. Ich bin dann Yoda von der Größen. Aber jetzt kann ich ein lila Lichtschwert haben. Ja, ja, natürlich. Unter anderem. Freust du dich auf die Duelle mit Ludwigsburg? Auf jeden Fall. Vor allem Jormann, jetzt wo JP zugespielt, Jormann wieder mehr vier. Das heißt, es wird wieder wie mit meinem ersten Jahr im Training, wo wir rumwresteln. Das ist eine gute Zeit. Tut euch nicht weh. Ist der Plan. So, du bist mit Lubu ja ins Final Four von der BCL eingezogen und in der Liga ja auch immer recht weit. Ich erinnere mich, wir standen zusammen im Office und wir haben uns zusammen den Champions-League-Pokal angeschaut und hast gesagt, ah ja, der hätten wir auch fast gehabt. Wie fühlt sich das jetzt an, bei einem Verein zu spielen, der diesen Pott gewonnen hat? Und gibt das auch nochmal an dich persönlich ganz andere Erwartungshaltung? Auf jeden Fall. Also man spürt auch direkt, wenn man, gut, es ist jetzt auch erst eins, zwei Jahre her. Man spürt auf jeden Fall auch den Hunger hier, dass man daran anknüpfen will. Spürt man das? Warum, Bibi oder warum? Einfach Mindset von Coach sowie den Spielern, die hier sind, die neu gekommen sind. Es ist noch sehr präsent bei allen. Natürlich, wenn man reinläuft und den Pokal sieht, trägt es auch dazu bei. Aber ja, in Lubisburg sind wir auch weit gekommen, hatten eine gute Mannschaft. Ich habe auch noch die Bronzemedaille, die hängt auch bei mir zu Hause rum irgendwo. Aber ja, Dritter zu werden und zu gewinnen ist nochmal ein recht großer Unterschied, würde ich mal behaupten. Und es ist immer ein Ziel als Basketballer oder Sportler generell, dass man gewinnen will. Und wenn man dann in der Form vom Pokal oder Medaille und Beweise davon hat und wirklich etwas mit dieser Erinnerung verknüpfen kann, das ist natürlich immer gut. Und es ist auf jeden Fall gut, dass wir dieses Jahr wieder Champions League spielen. Ja, auf jeden Fall. War auch sehr wichtig. Eine enge BCL-Erfahrung hier. Mit einem Vorrunden-Record von 5 zu 1, sag ich mal. Schauen wir mal, wie es läuft. Ja, Basketball, haben wir viel darüber gesprochen. Vielleicht so ein Zwischenfazit viel zu früh, aber so ein kleines Resümee zum Saisonstart. Wir starten mit 3 zu 2, richtig, 3-2 Siege in der Champions League, eine BBL 3 zu 2. Was würdest du sagen? Guter Saisonstart, mittel, durchwachsen. Was ist denn dein Gefühl zum Start in die Pflichtspiele? Auf jeden Fall durchwachsen. Also es gibt noch einige Dinge, die man hätte besser machen können. Insgesamt Preseason würde ich durchwachsen nennen. Es gibt viele Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen, vor allem Konstanz. Wir haben ein paar gute Spiele, auch viele gute Runs oder Momente in den Spielen, aber konstant wirklich auf dem Niveau, auf dem wir sein wollen, sind wir noch nicht. Ich glaube, es ist ein großer und wichtiger Schritt gewesen, dass wir die Quali geschafft haben für die Champions League. Es war für alle sehr, sehr wichtig, dass wir schacken und deswegen darüber auch sehr froh. Aber sowohl die Spiele gegen Vechta als auch gestern gegen Riga sind Spiele, die wir auf jeden Fall gewinnen wollten. Wo wir aber nicht alles so umgesetzt haben als Team, wie wir das geplant hatten und wie wir es vorhatten. Ich bin mir sicher, wir werden daran arbeiten und während der Saison einiges besser. Wir sind halt noch eine wirklich junge Mannschaft, was man daran sieht, dass ich einfach der älteste Spieler bin. Was ich immer noch verrückt finde. Wie alt bist du nochmal? 28 jetzt. Ja krass, gerade geworden. Ein paar Jahre älter hat sich dann. Genau, geht. Aber mein Punkt ist, ich bin mir sicher, je mehr die Jungs, wir haben jetzt viele Jungs, die das erste Mal in Europa sind, das erste Mal in der Liga sind. Ich glaube, während der Saison werden wir noch einige Schritte tun. Hoffentlich früher, rather early than later. Besser früher, später. Besser früher, später. Aber wir arbeiten auf jeden Fall hart dran und ich freue mich auf jeden Fall auf den Rest der Saison. Also ich mag die Truppe. Darf ich noch eine taktische Zwischenfrage stellen? So frag mich. Ich bin ja hier. Du bist ja der Taktik-Modell hier bei uns. Weil unsere Spielweise ist ja dieses Jahr sehr defense-orientiert und wir haben es schon gesehen, wenn es funktioniert. Korrigiere mich, aber gerade in den beiden Spielen in der Champions-Seek-Qualifikation hat man gesehen, die Spiele laufen gar nicht mal immer nur rund. Wir haben aber defensiv die Fähigkeiten, uns jedes Spiel zurückzuholen. Das heißt, wenn wir definitiv defensiv zupacken, dann steigt die Chance enorm, dass wir das Spiel gewinnen. Und so ist, glaube ich, auch die taktische Auslegung. Hinten dicht und ich sage mal, vorne ist da ein Zirkus in der Stadt, manchmal so ein bisschen. Aber du weißt, was ich meine. Aber ich frage mich, weil das hat ja was Mentales. Defense ist ja im Kopf, entsteht ja im Kopf. Wie schwer ist es denn, diese Intensität, jedes Spiel 40 Minuten, wie Coach fordert, wirklich einzubringen und hochzuhalten? Weil ich glaube, das ist die Kunst. Und wenn euch das nicht gelingt, dann geht das Spiel auch verloren, wie zum Beispiel gegen Riga. Ist das richtig oder ist das komplett nur Amateurscheiß, den ich rede? Also natürlich ist das eine Komponente. Also ich bin mir, er hat ja Coach auch schon hier gehabt. Ja, nicht nur einmal. Ja, aber ich bin mir sicher, er hat auch erwähnt, dass defensiv auf jeden Fall ein Fokus war. Vor allem so früh, jetzt während der Preseason, jetzt so früh in der Saison, dass er ein Fokus war, wirklich eine gute Defense zu etablieren. Und dass wir da alle auf dieselben Abläufe sind, auf dieselben Habits haben und auf einer Wellenlänge sind. Und natürlich ist es immer hilfreich und wir haben personell auch, glaube ich, hat er so rekrutiert und so aufgestellt, dass wir eine sehr starke Verteidigung haben sollten. Und ja, es liegt ja bei uns dann wirklich 100 Prozent locked in zu sein und seinen Plan umzusetzen auf dem Feld. Und ja, es ist schwer manchmal natürlich, aber er ist Teil des Sports. Ja, das Blöde ist immer, wenn wir jetzt so spielen, wie wir spielen, so defenseorientiert, hat man nach einer Niederlage immer das Gefühl, das hätten wir nicht gewinnen können. Das ist halt blöd, aber auch gut. Das hat man oft nach Niederlagen, außer du kriegst jetzt irgendwie vom Panathinaikos oder vom Real irgendwie mit 40 einen drüber gezogen. Dann weißt du, okay, das hätten wir auch nicht gewinnen können, aber. Ja, so jetzt geht es ja morgen, morgen geht es gegen Alba. Morgen. Also heute ist ja Samstag, weißt du ja selbst. Und das ist ja, in Bonn ist das die Mutter aller Spiele, die Mutter aller Spiele. Ich denke, der Dome wird wieder packed sein. Mir fallen jetzt immer mehr Fragen, wir müssen auf die Zeit ein bisschen abkürzen. Aber erste Frage, der volle Dome, wie sehr hat dich das Gefühl, ich meine, du kennst das ja als Gegner, aber jetzt warst du einmal zu Hause mit Lichtbändchen, mit T-Shirts, mit vollem Dome. Wie hat dich das angefühlt? Wie ist das? Und ja, freust du dich auch in so einer atmosphärigen Alba dann zu spielen heute? Auf jeden Fall. Also an die Atmosphäre im Dome ist es anders. Also als Heimspieler nochmal anders als Auswärtsspieler, aber wirklich, wie sage ich es, es ist wirklich eine Ehre, hier spielen zu dürfen und so eine Unterstützung und so einen Hype im Rücken zu haben, während man spielt. Und natürlich hat es auch Effekte auf dem Feld, die man nicht unterschätzen darf. Und ja, gegen Berlin, ich freue mich immer gegen Berlin zu spielen. Es ist immer ein gutes Spiel, haben wir auch über die Jahre, auch als ich in Ludwigsburg war, immer ganz gut gespielt eigentlich. Deswegen, ich freue mich jetzt hier in Bonn zu Hause gegen Berlin zu spielen und weiter da anzuknüpfen, wo wir sein wollen. Sehr schön. Ja, der Kumbi hat sich noch private Fragen für den Jonathan überlegt. Ja, hinten raus, Jonathan Privat. Ja, alles easy, rede mit mir. Genau. Ja, wie ist denn der private Jonathan so? Was macht er denn, wenn er mal nicht auf dem Court im Dome oder bei uns im Hotel sitzt? Das ist ganz lustig. Eigentlich, ich werde sogar meinem Status als ältester Spieler gerecht. Du sitzt auch am Sessel. Nicht am Sessel, aber ich lese tatsächlich viel, ich gehe spazieren, trinke Tee, meditiere, stretche. Ich bin eine recht ruhige Seele, sage ich mal. Aber ja, ich gehe eigentlich jeden Tag so 30 Minuten spazieren, außer es ist zu kalt oder regnet. Wird in Bonn nicht passieren, zu kalt. Niemals, ja. Aber ja, ansonsten bin ich recht entspannt drauf auf der Court. Bin eher so ein Familienmensch, der zu Hause chillt. Das fragen wir unsere Gäste auch immer. Du bist jetzt auch schon zwei, drei Monate in Bonn. Gibt es schon Spots, die du entdeckt hast, gerade so was, was die Kulinarik anbetrifft? Hast du Lieblingsrestaurants? Ich weiß, jetzt kommt natürlich Café Court. Da gehen ja alle hin. Guck mal, das Problem ist. Auch nicht, weil ihr da Prozente bekommt oder so. Nein. Wir kriegen Prozente? Nein. Ach, du nicht? Ich habe Spaß. Das ist gut. Nee, das Problem hier ist, ich habe meinen Führerchen nicht umschreiben lassen. Ja, das Problem haben wir schon mal gehört, ja. Von Ludwigsburg nach Bonn? Nee. Muss man dann für den Führerchen. Das Bad in Württemberg. Ist das so? Nein, ich habe meinen Führerchen in den USA gemacht. Ach so. Das heißt, du bist in Deutschland gar nicht Auto gefahren. Ja, was heißt zwischen Fahren und Nichtdürfen gibt es einen Unterschied? Ich sage jetzt einfach mal nichts. Ich habe nichts gehört. Ich fahre momentan kein Auto. Das ist alles, was du wissen musst. E-Scooter. E-Scooter. Ich werde weich. Ja. E-Scooter oder Bus tatsächlich. Okay. Oder mit Leuten mitfahren. Ich kann dir Fahrrad empfehlen. In Borders ist es aber offen. Ja, aber jetzt ist es bis jetzt ein bisschen kalt, bin ich ehrlich. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß. Ein bisschen zimperlich. Ein bisschen. Hallensportler. Ja, ist halt so. Das müssen wir machen. Korrekt. Und fünf Jahre Südstaaten in den USA. Ja, okay. Ich bin auch in der Südstadt. Ja, was denn? Freut mich wirklich. Aber deswegen kenne ich tatsächlich noch nicht so viele Spots. Zum Spazieren ist es glaube ich viel immer in der Gegend rum. Oder tatsächlich Rheinaue bin ich ab und zu immer unterwegs. Vor allem als meine Freundin zu Besucher sind wir da ein bisschen rumgelatscht. Ist ganz schön. Ja, letztendlich würde ich mich wahrscheinlich viel mehr am Reinen rumtreiben. Einfach weil es ein bisschen Heimaterinnerung ist. Wegen Wiesbaden. Aber ja, ein Restaurant ist natürlich Kurt des Öfteren gewesen. Auch mit der Mannschaft. Das ist lecker. Dann ein Restaurant, das Thil mir empfohlen hat er sich. Das heißt Mam Mam, glaube ich. Vietnamesisch. Ja, ja. Ach wohl, da habe ich es sogar gesehen. Hast du mich da gesehen? Ja, ja. Da bist du vorbeigefahren mit dem Fahrrad, das wir da waren. Richtig. Ich erinnere mich. Das ist korrekt. Ich grüße dich ja, wenn ich an dir vorbeifahre. Natürlich, du hast dich gehört. Ja. War kein Angriff jetzt. Nö, war ich gut. Aber ansonsten muss ich... Für alle Hartis, ich saß auch mal in einem Restaurant, der Jonathan ging vorbei und ging einfach furcht. Ja, aber es ist anders, weil ich es nicht gesehen habe. Ach so. Ich hätte es ja nicht so tätig angeguckt und wäre dann weitergegangen. War ein bisschen so. Ich war beschäftigt. Habe ich dich gesehen? Gab es Augenkontakt? Zwischen uns beiden noch immer. Das ist eine Lüge. Also ich habe dich nicht gesehen. Das tut mir natürlich aufrichtig leid. Ja, ich auch. Hätte ich dich gesehen, hätte ich heil gesagt. Wann und Spaß. Alles gut. Ja, jetzt achte ich da. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Mit offenen Haaren. Die Tränen in der Augen. Ja. Zu der Kumbi hat eine letzte Frage. Eine letzte Frage habe ich noch. Eigentlich ist es eine Frage für den Benni, aber manchmal traut er sich nicht. Wie hast du diese Haarpracht hinbekommen und hast du vielleicht einen Tipp für ihn, dass das irgendwie in die Richtung mal bei ihm geht? Stell dir mal mich mit der Frisur vor. Ja, deswegen. Das Ding ist, er hat mir vor ein paar Tagen Bilder von sich mit Haaren gezeigt. Du hast absolut alles richtig gemacht. Ja, würde ich auch sagen. Na, sah es damals natürlich auch süß aus. Nein, geht so. Und bei meinem Haar tatsächlich mache ich nicht viel, mache ich vielleicht sogar zu wenig. Wegen dem Auto habe ich momentan noch nicht die Möglichkeiten, meine Haare so zu flechten, wie ich es in meiner Ludwigsburger Zeit gemacht habe. Wegen warum? Wegen des Autos? Warum? Weil ich, ich musste nach Köln oder so. Was mich eingefällt, stimmt, durch nach Köln kommt man ja nur mit dem Auto, ne? Nein, aber als ob ich da jetzt Zug hinfahre. Das ist ja auch nichts. Es ist ja nicht so, als hätten wir jede Woche drei Tage frei. Ja, das ist richtig, ja. Das ist auch richtig, ja. Wenn du von Bon nach Köln bist, brauchst du auch drei Tage frei, weil je nachdem, weil der Zug kommt. Das stimmt. Du bist hier möglich, ne? Das ist ja gut. Ich habe es euch hier zu komfortabel gemacht heute, glaube ich. Sehr schön. Nein, 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 alles gut. Apropos zu komfortabel, wir kommen zu folgender Kategorie. Jetzt ist es vorbei. 24 Seconds. 24 Seconds. Das ist eine Kategorie, vor der jeder Gast, jede Gästin, jeder, der das Hardbook Hotel betrifft, große Angst hat. Das erste Mal betrifft. Ich bin am Zittern. Das erste Mal betrifft, große Angst hat. Es geht nämlich um das sogenannte Entweder-Oder-Spiel. Und Kumbi, das ist die zweite Tradition, erklärt die Regeln. Genau. Du kriegst von uns 24 Entweder-Oder-Fragen, also zum Beispiel Hund oder Katze. Du musst sofort entscheiden, du darfst nichts weitersagen, du darfst nichts Drittes hinzufügen. Und ob du es begründen musst, das entscheiden wir anschließend. Okay. Okay? Ich bin bereit. Alles klar. Alles klar. Berge oder Meer? Berge. Kaffee oder Tee? Tee. Wiesbaden oder Frankfurt? Wiesbaden. Alba oder Bayern? Alba. Pizza oder Pasta? Pasta. Kölsch oder Pilz? Kölsch. Singen oder Tanzen? Tanzen. College oder Ludwigsburg? College. Offense oder Defense? Defense. Essen gehen oder Kochen? Kochen. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Mercedes oder VW? Mercedes. Netflix oder Playstation? Playstation. Dunk oder Dreier? Dunk. Wuschelmähne oder Kurzhaarfrisur? Wuschelmähne. Anne Panther oder Robert Lottermoser? Anna. North Carolina oder South Carolina? South Carolina. Die wichtigste Frage für jeden Basketballer, Jordan oder LeBron? LeBron. Rebound oder Block? Block. Rock. Wilkinson oder Gillette? Gillette? Ich hätte Wilkinson gedacht. Hieß dann dein College-Land. Ach so, heißt gut. Ja, aber ich weiß nicht mehr, worum es da geht gerade. Ach so, Rasierer. In dem Fall sind es beides Rasierermarken. Ich kenne dich nur Braun. Okay. Auch gut, auch die bezahlen uns letztlich. Letztlich alle. EuroLeague oder NBA? Ah, EuroLeague. Eintracht oder Skyliners? Skyliners. Oder wen? Wiesbaden? Skyliners. Okay. Eben war er schon mal da, ne? Jetzt nenne ich mal zwei Defense-Spieler des Jahres. Jörmann Polas-Bartolo oder Justin Simons? Boah, das ist, das ist, das ist frech. Jörmann, aber nur, weil es mehr Jahre waren. Okay. Meister oder Champions-League-Sieger? Meister. Und das war Just in Time. Jetzt noch eine 25. Frage. Benni, grüßen oder nicht? Nicht. Okay, alles klar. Niemals. Ja, mein lieber Jonathan Beere. Bevor wir hier das Hotel wieder abschließen und du gehst oder gehen musst, wir machen uns ja schon, sag ich mal, längerfristige Gedanken ums Hotel. Wir machen, es ist ja ein langfristiges Invest. Ein Pool fehlt noch, würde ich sagen. Was fehlt noch? Ein Pool. Ein Pool? Der ist aber oben. Ja, aber Indoor ist jetzt kalt. Indoor, ah, sorry, ja. Okay, den können wir noch auf die Minus 8 reinbauen. Okay. Machen wir auf jeden Fall. Also Whirlpool haben wir auf der Minus 4. Aber in den Privatzimmern von den Spielern ist ja eins drin, hast du noch nicht gesehen. Ja, stimmt, da machen wir noch nicht. Okay, jetzt sag ich dir gleich. Es geht nämlich um Folgendes. Wir im Hardback Hotel, wir sind auf Hilfe angewiesen, immer so ein bisschen. Und wir haben, in so einem ersten Jahr hatten wir einen Co-Host, das war der Mike Kessens. Okay. Ja, der, ich sag immer so, der ist immer dann gekommen, wenn keiner andere Zeit hatte und ist so ein bisschen so, der Ankerpunkt ins Team und die gute Seele des Hotels so ein bisschen. Okay, okay. Dann hat der Mike aber gesagt, ja, alles klar, Hardback Hotel ist schön und gut, aber ich will Euroleague spielen, ich gehe nach Paris, ne, alles klar. Und dann war letztes Jahr, hatten wir zwei Co-Hosts oder, ne, das war der Benedikt Turuditsch und der Till Pape. So, Benedikt hat auch nicht so gut geklappt und Savo Milovic hat mir gesagt, Benni, bitte, ab diesem Jahr gibt es keinen Co-Host mehr, weil das heißt, danach gehen die, ne. Jetzt habe ich aber mal kurz in der Buchhaltung nachgefragt und habe mir eine Vertragssituation geguckt und du bist ja für zwei Jahre bei uns, ne. Tatsächlich, ja. So, und daher, nur nochmal, vielleicht für den Hinterkopf, dass du dir mal überlegst, so, ob du dir das vorstellen könntest, generell, bei uns Co-Host zu werden, so, das ist ein Amt mit viel Verantwortung, ich würde sagen, Co-Host, Kapitän, Co-Kapitän, so in der Reihenfolge ist das. Okay, okay, okay. Und wir könnten, wir würden dich da mal so in den nächsten Wochen irgendwann anrufen, vielleicht sagst du uns noch Bescheid, ob das für dich in Frage käme. Okay, also erstmal hochgeheert, dass ihr mich fragt, dass ihr mich da in den Passag zieht, fast schon zu Tränen gerührt. Ja, fast. Ja, ganz knapp. Ja, also ich würde ein paar Tage überlegen, weil das ist ja schon viel Verantwortung. Wir können immer gucken, wie das hier so ankommt, wie der Vibe ist. Natürlich, die Fans müssen mich mögen. Ich weiß auch nicht, wie meine Stimme, ob die sich anhört und so. Aber also, wir können auf jeden Fall nochmal drüber reden, ich würde drüber nachdenken und dann können wir uns da nochmal zusammensetzen. Da lahm ich nochmal ein, ja. Das ist lecker. Mein lieber Jonathan, schön, dass du bei uns warst für den ersten Besuch. Vielen Dank. Du bist vor allem zu uns gekommen, weil die Fans und die Hartis schon nach dir gefragt hatten. Waren komplett Jonathan. Und deswegen dachten wir, das wäre doch eine schöne Sache. Auf jeden Fall, wir haben uns enorm viel Zeit genommen. Das war, glaube ich, das längste Interview, was sich jemals geführt haben mit deinem Spieler. Von daher, good vibrations. Alles klar, danke, dass ich hier sein durfte. Schönen freien Tag morgen, genieß es. Und dann freuen wir uns auf die Mutter aller Spiele. Alles klar. Bis dann. Bis dann, sehe ich. Hartberg Hotel. Das Interview der Woche. Der Jonathan. So. Also, das haben wir nicht so viel versprochen, oder? Nee. Also, das war ein richtig gutes. Ein langes vor allem. Ja, hat Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Werbeslogan kurz, Interview lang. Also, ich fand den richtig nett und war doch richtig, dass ich ihn gefragt habe wegen der Co-Hostschaft, oder? Klar. Also, bin ich voll deiner Meinung. Das wird auch irgendwie möglich sein. Ja. Wolltest du ihm einen Bären aufbinden? Nein, auf keinen Fall. BBL. Bennys Bunte Liga. So, mein lieber Kumbi Kumbanus, ich weiß nicht, was los war letzte Woche, aber ich habe irgendwie, ist mein E-Mail-Postfach explodiert. Komplett. Ja, und ich kann deswegen nicht alle vorlesen, aber ein paar. Ja, und zwar hat der Frank geschrieben. Hallo, ihr Hartberg-Hoteldirektoren. Muss ich das denn nehmen? Ich sehe nicht so gut. Was? Er weiß auf jeden Fall, was er sagt. Er weiß, was er sagt. Feedback zum neuen Cover gebe ich mal in der Sprache meiner beiden Teenie-Kinder. Fresh. Fresh. Danke. Frank, wie alt sind denn die Kinder? 39 oder was? Nein, also vielen, vielen Dank. Gut, dass er nicht cringe geschrieben hat. Macht weiter so. Immer eine Freude, euch zuzuhören. Herzliche Grüße vom Hörer der ersten Stunde. Frank. Danke. Vielen Dank, Frank. Dann, der Stefan hat geschrieben. Hallo Benni, hallo Kumbi. Ich hätte zwei Fragen zum Thema Merch und Logo, die ihr mir vielleicht beantworten könnt. Eine Sekunde. Sorry, ich bin enorm erkältet. Erstens, wisst ihr, wann wir im Online-Shop mit den neuen Merch-Artikeln rechnen dürfen? Ja, bald. Also es ist natürlich dieses Jahr eine Riesenumstellung von zu Adidas. Und diese Umstellung dauert ein bisschen. Die Trikots kommen bald. Die neuen 30 T-Shirts kommen bald. Die neuen Longsleeves kommen bald. Wir haben ganz viele neue Artikel im Sortiment, aber der Slogan dieser diesjährigen Saison lautet nicht umsonst. New Look, same legacy. Aber der New Look, der braucht ein bisschen. Das ist wie, wenn der Kumbi morgens im Bad steht. Das braucht ein bisschen. Weil es ist auch schon über 30. Nee, also das kommt, aber diese Distributionswege im Merch-Wesen sind ein bisschen langwierig. Ja. Aber was lange währt, wird endlich gut. Bestimmt. Also in diesem Sinne ein bisschen Geduld, aber es kommt. Zweitens, an der einen oder anderen Stelle und im Telekom-Dom ist noch das alte Baskets-Logo zu sehen. Wird geplant, diese auszutauschen in der näheren Zukunft? Antwort, ja. Ja, also wir haben uns natürlich auch da konzentriert erstmal auf die wichtigsten sichtbaren Stellen. Das ist uns gelungen und ich würde auch sagen, da haben wir als Baskets auch übererfüllt. Ja, also man macht sich da von außen, wahrscheinlich machst du das genau, aber es ist mehr, viel mehr Aufwand und zwar Menschenaufwand und finanzieller Aufwand, als man so denkt. Und da waren wir, glaube ich, ganz gut dabei. 80 Prozent, 80, 85, 90 Prozent hatten wir ausgetauscht, sowohl analog als auch digital. Ich weiß, im Dome gibt es noch vier prominente analoge Flächen. Da wird es auch irgendwann eine Änderung geben, aber auch nur da. Natürlich, wir haben ein neues Logo. Natürlich sind wir bemüht, das neue Logo überall zu zeigen. Das alte Logo ist jetzt nicht gebanished oder sowas. Das heißt, das gehört dazu und man wird es auf der einen oder anderen Stelle auch nochmal sehen, aber deine Frage ist berechtigt. Es ist natürlich absolute Planung, das auch nochmal aus dem Weg zu räumen. So, mein lieber Kumbi, hast du noch irgendwas eigentlich? Was denn, mein lieber Kumbi? Und zwar? Da schreibt er noch was auf jetzt, ganz spontan. Ja, mir ist gerade was eingefallen. Ja, und zwar, wir machen mal eine Mini-Crunch-Time mit dir. Oh, eine Crunch-Time. Oh, das ist toll. Du weißt, Sätze vervollständigen. Sätze ergänzen. Ja. Warte, dann müssen wir erstmal hier den machen. Weiß nicht, hast du da was? Ja, ich mache den wie immer. Guck mal hier. Komm, ich mache mit dir eine kleine Mini-Crunch-Time. Freut mich. Muss ich es dir erklären oder einfach die Sätze vervollständigen? Ich glaube, du kriegst das hin. Kriege ich hin. Du bist ja der kreative Typ. Ja, Benni, wenn ich mal nicht im Office oder im Dome bin, dann? Bin ich im Schwimmbad. Das ist gut. Am liebsten esse ich? Am liebsten esse ich Käsebrot. Ist das so? Ja. Okay. Wenn ich mir eine Frisur aussuchen dürfte, dann? Wäre das meine jetzige. Wenn ich mal eine Woche kein Hardware-Kotel machen kann, dann? Ist die Welt untergegangen. Wenn ich einen Wunsch für die Baskets frei hätte, dann? Dass der Verein sich belohnt mit einer Meisterschaft. Dankeschön. Ja, guck mal. Dankeschön. Ich habe nur so einen kleinen Mini. Einen kleinen. Ja, hast du noch was? Ja, ich drehe das einfach mal um. Ich habe nichts mehr. Wenn ich mal nicht im Office oder auf der Arbeit bin, dann? Wenn ich mal nicht im Office oder auf der Arbeit bin, dann bin ich im Park. Am liebsten esse ich alles. Alles, Hauptsache überbacken. Ja. Wenn ich mir eine Frisur aussuchen dürfte, dann? Weiß ich nicht. Ich finde die Frise von Jonathan Beere richtig stark. Echt? Wir haben ja letztens für dich eine Frisur gebastelt. Ja, ich habe es gesehen. War auch schön. Wenn ich einen Wunsch für die Baskets frei hätte, dann? Eine noch mal mindestens 30 weitere Jahre Basketball-Bundesliga. Ach komm. Das ist so eine väterliche Antwort, ne? So eine Präsidentenantwort. Und da kann ich für dich die Antwort geben. Wenn ich mal eine Woche nicht im Hotel bin, dann ist Benni da. Dann ist es erholsam. Ja, was machst du denn dann? Dann höre ich das Hardback Hotel. Ja, das ist richtig. Okay. Ich habe noch irgendwo eine E-Mail rumfliegen. Kannst du noch ein bisschen quatschen? Ich suche die jetzt einfach mal, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Du musst diese E-Mail jetzt suchen? Ja, die musst du jetzt suchen. Okay. Ja. Wir haben auch nur, wie gesagt, wir hatten ja nur das eine Spiel im Frontcourt, weil danach ist ja Pokal. Das heißt, wir haben jetzt drei Heimspiele in Folge. Das heißt, solltet ihr noch für irgendein Spiel kein Ticket haben, www.baskets.de slash Tickets, Restposten sind da noch zu haben. Weil vielleicht auch von der einen oder anderen Auswärtsmannschaft vielleicht noch was wiederkommt. Und dann kann man da nochmal zugreifen. Genau. Für Berlin, für München, Pokal und AEK Athen. Das sind die drei Topspiele. Topspiele in der Bundesliga, Topspiele im Pokal, Topspiele in der Champions League. Mehr Topspiel geht nicht. Das ist die heilige Dreifaltigkeit. Das gefällt uns sehr gut. Ich habe die E-Mail gefunden von Guido. Hallo Benni, hallo Kumpi. Zunächst einmal Kompliment für euren Podcast, den ich mir regelmäßig anhöre. Ich glaube, er ist einmalig im deutschen Basketball, dass ein Podcast so nah dran ist am Geschehen des Vereins. Antwort, ja. Das ist korrekt. Jetzt zu meiner Frage. Es ist zwar noch länger hin bis zum nächsten Jahr, aber der Spielplan für die Saison scheint ja schon festzustehen. Dennoch haben wir am Karnevalswochenende ein Auswärtsspiel in Rostock. Gibt es Bestrebungen, Überlegungen der Baskets, uns am Karnevalswochenende wie in den Vorjahren doch ein Heimspiel zu ermöglichen? Das wäre super. Antwort, ja. So, da sind wir natürlich noch in Gesprächen mit der BBL. Kann ich nicht zu viel zu sagen. Das ist eine ganz große Bestrebung. Da arbeiten wir dran. Und ich sage jetzt einfach mal so, das sieht eigentlich ganz gut aus. Es wird hoffentlich bald feststehen. Und dann können wir auch verkünden und wieder zehn Minuten und dann ist es auch wieder ausverkauft. Genau. Also, wir geben alles. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Herzlichen Dank für eure Antwort, die auch gerne im Podcast, ach Mist, das im Podcast, also erfolgen kann. Liebe Grüße, Guido. Achso. Sorry. Alles klar. Dann mein lieber Kumbi-Kumbanus. Ja. Wir sind jetzt, machen wir wieder live bei einer Stunde siebzehn. Mhm. Was ist 40 plus 33? 73. Eine Stunde dreizehn? Ja. Ja, ist so. Ist nicht schlimm. Eine Stunde fünfzehn, haben wir gesagt, ist Maximum, ne? Ist Maximum. So, dann kommen wir jetzt genau hin. So. Von daher würde ich sagen, gehe ich ans Klavier. Ich bitte darum. Und spiele heute mal was Schönes. Mach mal. Das ist lecker. Der goldenen Oktober. Die Tage werden kürzer und die Blätter fallen. Hör auf. Wer nicht fällt, sind wir, weil wir fallen eher auf. Und ich sag mal eins, ich freu mich total jetzt auf die nächsten Spiele. Das sind Top-Spiele und bin schon ganz heiß darauf, wieder jeden Tag in den vollen Dom zu dürfen. Und bis dahin sage ich, bis dann sich. San Francisco. Ich werde weiß. Ich werde bekloppt. Das war auf jeden Fall Absicht. Sie greifen nicht mehr an, das war's. Absolut. Kombi. Ja, bitte, Benni. Wenn du nächste Woche noch einmal was mit Jahreszeiten und Wetter machst, ne? Mhm. Dann krieg ich einen Kölsch. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.